Herzlich Willkommen zu Finish First, dem deutschen Formel-1-Podcast, gemeinsam mit Dennis Breitbart und Pascal Hülm. Yeah, und wir sind wieder am Start, man. Ja, man. We are back. Das bedeutet auch, die neue Saison, es geht wieder los und wir sind wie HB-Menschen aufgeregt und wir freuen uns, denn es sind noch genau heute, ich glaube nicht mal mehr, 14 Tage, dann geht es los. Dann ist das erste Rennen in Bahrain. Letztes Jahr war ich noch live da und jetzt werde ich mir das vom Fernseher angucken. Oh mein Gott, das wird ganz komisch. Ich kann es auch ganz genau sagen, wann das ist, weil wir haben hier diesen wunderschönen Kalender. Von Fanatics, danke schön nochmal. Und was haben wir denn da? Das ist das erste März-Wochenende, dann sind wir in Bahrain. Es ist schon Februar, ne? 29. Februar, glaube ich. Ja, klar, ja, natürlich, ist aber das erste März-Wochenende, mein Gott, also, warte mal. Klug scheißerisch, wie immer, ne? Aber auf jeden Fall starten wir heute in die neue Saison quasi, bevor es dann die Folge Null gibt, noch eine Spezialfolge. Alle Teams haben in der letzten Woche die neuesten Liverys und deren Autos, teilweise neue Autos, teilweise war es echt nicht wirklich ein neues Auto, ich denke nicht, dass sie damit dann antreten werden. Haben sie ihre Liverys aber auf jeden Fall schon mal gezeigt und darum geht es heute in dem Video. Es ist das Livery-Special. Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht, glaube ich, ne? Ne, hatten wir nicht, ne. Aber dieses Jahr machen wir es auf jeden Fall. Wir hatten uns ja auch letztes Jahr erst entschieden, quasi gerade zum Rennen, dass wir den Formel-1-Podcast hier überhaupt starten. Aber umso besser, heute ist es soweit zum ersten Mal, dann also quasi Premiere, finde ich erst der Formel-1-Podcast, bewertet die Liverys der zehn, aktuell noch zehn Teams in der Formel-1 für 2024. Wir fangen mal an mit McLaren. Wir wollen aber dann, wir gehen jetzt die Autos durch und dann bewerten wir die auch noch, ne? Und anschließend machen wir dann so ein Ranking. Ja, das hört sich gut an. Also ich würde vorschlagen, wir machen jeweils von eins bis zehn Punkte. Du kannst zehn Punkte geben, ich kann zehn Punkte maximal geben und dann rechnen wir nachher und machen eine schöne wie der Roche dann sagen würde, ich nehme die drei. Ne, wie war das, die fünf? Oder die, auf jeden Fall hat er die falsche Zahne gezeigt. Naja, aber ja, es geht los mit McLaren. Die waren die ersten, die zumindest die Livery gezeigt haben, mittlerweile auch das Auto. Aber die Livery an sich, die ist schon anders, sage ich mal so, als letztes Jahr. Ich glaube, was wir auch tun sollten, ist immer kurz einmal die alte einblenden, das seht ihr jetzt. Und dann die neue einblenden. Die werdet ihr nämlich jetzt sehen. Und ja, jetzt dürft ihr schon mal selber raten, was wir dazu sagen werden. Aber ich sage mal, erste Frage, gefällt dir letztjährige Livery besser oder die für dieses Jahr? Ich muss sagen, letztes Jahr hatten wir mehr Farben drin. Also es ist irgendwie tatsächlich eine Farbe rausgefallen, obwohl sie immer noch auf dieses Google Chrome total stehen, wo sie halt diese Grundfarben da einmal explizit zeigen wollen. Auf den Radkappen, ne? Genau, auf den Radkappen, aber an sich sind halt nur noch orange und schwarze Elemente geblieben. Ich weiß nicht, also es ist eigentlich, sind das halt die Stammfarben von McLaren und das ist eigentlich gut, ne? Aber es hat sich nicht viel verändert, ne? Es ist jetzt kein... Blau ist weg. Ja, aber trotzdem nicht so ein Wow-Effekt ist dahinter so, weißt du, was ich meine? Also es ist, die neue Livery ähnelt natürlich sehr dieser, ich glaube in Monaco war das, wo die diese Livery gemacht haben mit dem Weiß und dem Papaya, dem Orange. Was ja quasi so in die alten McLaren-Zeiten gehen sollte. Wenn du dir die Form mal anguckst, das erinnert mich persönlich ein bisschen daran. Ich muss aber sagen, anfangs die Frage, alte oder neue Livery, ich würde bei der alten bleiben. Ich finde das mit dem Blau besser. Ja, ich finde es schade, dass sie nicht auf Chrom gesetzt haben. Die hatten ja letzte Saison ein Rennen, da hatten die die Chrom-Livery mal rausgehauen als Special. Ja. Wenn die hätten die jetzt so Chrom-Elemente wenigstens drin, das hätte ich schon geil gefunden, ne? Ja, man muss ja dazu sagen, alle Teams haben sehr viel mehr Schwarz als letzte Saison. Ja, tatsächlich, ja. Einfach um... Schwarz ist die Farbe. Nee, Schwarz ist eben keine Farbe, sondern Schwarz ist pures Carbon. Status. Carbon, weißt du? Und Carbon... Ach, wegen Gewicht. Genau. Ja, klar, okay. Alle müssen sparen. Ja, ist ja trotzdem langweilig, ne? Aber, komm, wir mal zur Punkteübergabe, was würdest du sagen? Punkteübergabe oder Vergabe? Punktevergabe, natürlich. Ja, klar, aber du übergibst auch Punkte an McLaren, ja. An McLaren, ja. Soll ich starten? Starte mal. Eins bis zehn, ja? Gut, ich muss ja überlegen, welche Deliveries es noch gibt. Da ich sage, die letzte gefällt mir besser, muss ich sagen, ich würde eine Sechs geben. Etwas mehr als Durchschnitt, aber die haut mich nicht um. Würde ich mitgehen, tatsächlich. Ich hätte auch Sechs gesagt. Sechs, Sechs. Nur, nur damit ihr es mitkriegt, also wir haben hier vor uns einen Bildschirm, wo wir uns selber dann auch nochmal Deliveries angucken, damit wir das besser buchen. Ja, falls ihr denkt, wo gucken wir die ganze Zeit hin? Ja, genau, deswegen, also wir versuchen das natürlich auch gerade hautnah. Also wir sehen das, was ihr jetzt eingeblendet seht, beziehungsweise die ganze Zeit. Ja, also 6-6 heißt zwölf Punkte für McLaren, das wird schon mal eingeloggt. Und jetzt kommt mein Lieblingsteam. Und die Zuschauer wissen, wer gemeint ist. Genau, nämlich mehr als Haas. Moment, wo haben wir den? Da, da. Das ist der Haas vom letzten Jahr, den wir gerade sehen. Das seht ihr jetzt auch. Und jetzt geht es wieder zum diesjährigen Haas. Oh ja. Und da merken wir dann auch, wo wir gerade beim Thema waren, Schwarz. Ja, Carbon. Die haben richtig viel gespart an Lack, ne? Ja, die haben auch letztes Jahr an Punkten gespart. Dementsprechend müssen die natürlich irgendwie jetzt sehr aggressiv. Meinst du, die müssen Geld sparen jetzt dann hier und da, ne? Geld sparen und Gewicht sparen, damit sie vielleicht einen Punkt mal kriegen gefühlt, um anzugreifen an den Platz. Aktuell würde ich das dem Team jetzt auch wieder gönnen. Ja, weil wir haben es zwar noch nicht offiziell in dieser Folge gesagt, aber es gibt ja auch dann die Neujahres, die Folge Null quasi. Und da ist schon mal ein Hot Topic, könnt ihr euch drauf gefasst machen, Dennis Lieblings Topic, nämlich Günter Steiner ist nicht mehr Teamchef bei Haas. Und mal sehen, wo Haas dann wirklich jetzt dieses Jahr landet. Aber kommen wir zurück zur Livery. Erstmal die Frage, alte oder neue? In dem Fall würde ich sagen, sogar neue Livery. Finde ich schöner, einfach von der Form, weil Schwarz war die im letzten Jahr auch schon. Diesmal etwas mehr Schwarz, steht aber dem Team, muss ich sagen. Ja, doch. Auch das Logo an der Seite haben sie viel größer gemacht. Das Haas über dem Becken, das gefällt mir. Das sieht schon nicht schlecht aus. Und die weißen Elemente sind halt auch weniger geworden. Doch, es ist okay, aber da ist auch der Effekt wieder minimal, die Änderung. Klar, mehr Schwarz, aber was ist Schwarz jetzt aussagekräftig? Jetzt ist ja, wir haben ja gerade sechs Punkte für McLaren gegeben. Wie viele Punkte gibst du jetzt für Haas? Ja, hier würde ich halt nur vier geben, weil wir reden halt auch hier von Haas. Nee, du musst nicht von dem Team abgehen. Okay, Julien, aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem ein extrem langweiliges Auto. Also ich finde die Farbkombination aus Weiß und Schwarz und ein bisschen Rot ist halt, nee, das haut mich halt nicht um. Das ist so Standard. Und deswegen bleibe ich bei vier von zehn. Vier von zehn, okay. Ich finde es hier mindestens genauso gut wie McLaren, deswegen gebe ich sechs, muss ich sagen. Weil beides, es ist keine schlechte, finde ich. Haas ist nun mal Schwarz, Weiß, Rot. Das sind die drei Farben. Und ich finde von der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, mit dem Streifen, das sieht schon sehr viel aggressiver aus als letztes Jahr. Letztes Jahr hat mich erinnert an so ein Nike-Schuh irgendwie, warum auch immer. Und dieses Jahr, finde ich, sieht es aus wie ein Rennwagen. Also wenn du jetzt nicht wüsstest, dass Haas, also wenn ich ein Neukommer wäre und ich wüsste nicht, dass Haas ja eigentlich ein nicht so geiles Team ist, dann, was die Punktzahl angeht, ein, dann würde ich sagen, die sind vielleicht einer der besten. So, weil die sehr aggressiv aussieht, die Livery, finde ich. Aber gut. Schwer zu beurteilen, also gerade, wenn wir so im Geschäft sind. Sechs für mich, vier für dich und dann gibt es zehn Punkte. Williams ist die nächste. Und bevor wir uns die neue angucken, sind wir auch jetzt wieder einmal die Einblendung am Start oder haben wir auch jetzt wieder die Einblendung am Start für Williams im letzten Jahr. Ja, und in diesem Jahr. Und was fällt direkt auf? Nämlich, es fällt nicht viel Unterschied auf. Ja, doch. Gerade von der Seite, ja. Es gibt halt, was ich besonders finde bei dem neuen ist, die haben ja irgendwie quasi die ganze Farbpalette an Blau genutzt. Es ist ja nicht nur ein Blau zu sehen. Im letzten Jahr auch. Ja, aber es ist schon. Machen wir noch eben den Vergleich zum letzten Jahr bitte. Das seht ihr jetzt auch wieder, letztes Jahr, von der Seite. Ja, ja, schon, aber. Und nochmal jetzt. Letztes Jahr und dieses Jahr. Mehr Sponsoren sieht man auf jeden Fall. Ja, doch, das ist schon eine Änderung. Aber nicht sehr zu trocken. Also, ich hatte, pass auf, alleine mit dem Golf-Sponsor hätten die so viel an Livery rausholen können, weil da so geile Farben verbunden sind. Und die sind trotzdem ihren Duracell-Gedrisse stabil gelingen. Ich muss sagen, das mit der Batterie da oben in der Airbox. Ja, da findest du das immer noch geil. Finde ich so eine Katastrophe. Marketing-mäßig so geil. Und jetzt, und dann kommen wir dann auch zur Frage, welches Auto finde ich jetzt besser? Ich finde beide kacke, muss ich sagen. Aber auch nur, weil ich diesen Batterieflow da überhaupt nicht fühle. Den Batterieflow. Daher, nee, beides. Nicht meins. Wenn du dich in eins setzen müsstest, letztes Jahr. Dann nehme ich den aktuellen, was der Aktuelle ist. Wer will denn das Auto vom letzten Jahr fahren? Also, ich finde tatsächlich die letztjährige Livery schöner. Aber die Sponsoren machen es dieses Jahr natürlich auch viel attraktiver, weil ein Auto, was wenig Sponsoren hat, sieht einfach so low aus. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber rein wie die Livery gemacht ist, fand ich es letztes Jahr schöner, was die Übergänge angeht. Auch die hellblauen Streifen und so weiter. Vor allem auch, wenn wir jetzt sehen, hier zum Becken hin an der Seite vom alten Modell 23, da war ja nix zu sehen an Sponsoren. Nee, nee, darum. Das ist schon schade. Punktzahl. Was sagst du denn zu 2,24? Da sind wir schon echt untere Hälfte bei mir und 4 bei Haas. Da würde ich sogar noch weiter runtergehen. 3. Echt? Ich finde die schlechter als McLaren Haas. Ich gebe da auch keine 3, ich gebe eine 4 für. Also, 3 und 4. Jetzt kommen die Teams aber nicht gut weg bei mir. Aber jetzt kommt aber ein Team. Und da haben wir eine riesen Änderung. Du darfst die Introduction machen. Wenn das Team kommt, wie heißt das Team? Stack F1. Stack? Steak? Oder heißt es sauber? Sauber Stack F1 Team? Aber sagst du Stack? Das heißt doch Steak eigentlich. Nein, nein. E wird doch mit E. Steak. Steak schreibt man anders. Ja, nicht das Steak zum Essen. Das Steak zum Essen, ja. Das habe ich lieber. Steak. Aber ich meine, das heißt Stack. Stack F1 auf jeden Fall. Hier steht es auch. Die new Stack F1 Livery. Nichts mit sauber. Sauber ist aber natürlich für jeden bekannt. Das steckt natürlich dahinter. Ehemalig Alfa Romeo. Genau. Rebranding dieses Jahr. Und die haben ein riesen Rebranding gemacht. Aber ursprünglich hieß es hier mal Kick, Sauber, Stack. F1 Team. Kick, Sauber. Ja, okay. Steakt wahrscheinlich immer noch dahinter. Aber man spricht, also da kommen wir ja später noch zu einem anderen Team. Steckt es dahinter oder steckt es dahinter? Jedenfalls haben wir es hier mit Sauber zu tun. Und die haben bei der Livery extrem was geändert. Ja. Das ist nicht mehr Alfa Romeo. Also hier, pass auf, kommen wir jetzt nochmal dazu zum Altenbild. Genau. Ihr seht jetzt die Alfa Romeo Livery aus dem letzten Jahr. Für mich einer der schönsten Liverys aus dem letzten Jahr. Boah, als ich das gesehen habe, das Auto und auch live, ich fand das einfach mega, mega schön. Das war für mich einer der schönsten Autos letztes Jahr. Und die hatten ja auch die eine oder andere Special Livery. Also die Frage zwischen Rot und Grün ist, glaube ich, einfach nur eine Frage, welche Farbe gefällt dir besser. Ja, bei dir ist es dann klar Rot. Ich würde letztes Jahr bleiben. Aber wegen Ferrari auch. Ich meine, du bist ein roter Sympathisant. Aber wenn ich jetzt die Bilder sehe und ich würde jetzt beide nebeneinander stellen. Ja, das sieht aus wie so Retro-Rennspiele, wo es quasi nur vier Autos gab und dann so zwei Farben halt. So rot und blau. Oder Luigi und Mario. Genau, Luigi und Mario. Passend. Ja, ey, das ist krass. Ist doch so, oder? Viel Änderungen gab es ja gar nicht. Man hat die schwarzen Elemente gelassen und hat das Rot in Grün getauft. Klar, vielleicht mit einem oder anderen Winkeln. Ja, wobei mehr Grün generell als damals Rot war, ne? Aber jetzt mal die Frage. Ich habe ja gesagt, letztes Jahr fand ich schöner, auch mit dem Kleeblatt oben an der Airbox zum Beispiel. Wie sieht es bei dir aus? Da ich tatsächlich, wenn ich Formel 1 spiele oder mir ein eigenes Auto erstelle, immer Giftgrün nehme. Ich bin ein riesen Fan von dieser Farbe. Und das wie zum Beispiel bei Aston Martin, da ist es mir aber, dieses Grün gefällt mir halt nicht und das ist mir zu viel. Finde ich, die Kombination ist sehr geil. Ich finde nur, dass das Grün ein bisschen zu knallig ist. Die hätten das vielleicht ein bisschen böser, Badboy-mäßiger, dunkler machen sollen. Dann wäre das nur ein Stück geiler. Aber du wirst grundsätzlich... Aber der ist bei mir schon sehr oberrangig gesetzt mit der Lackierung, weil der halt einzigartig ist. Du wirst aber grundsätzlich eher in das Auto steigen, als in das letzte Jahr von der Farbe her. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Ich finde aber auch, der Stich halt jetzt mal raus. Wenn man die ganzen anderen Jahre gesehen hat, was da für Teams waren und welche Farben wir hatten, finde ich, sticht der ja schon raus. Oder gab es so ein Modell schon mal? Nein, nein, nein. Also das ist schon geil. Erinnert mich eigentlich an kein anderes Team. Das meine ich ja. Das finde ich cool. Das ist schon sehr cool. Alleinstellungsmerkmal. Allerdings muss ich sagen, so zu viel Steak drauf irgendwie, was die Liveries angeht. Guck mal, du hast es auf dem Heckflügel, du hast es auf der Seite... Schwein oder Rind? Medium. Medium gebraten. Nee, aber... Nee. Also für mich sieht das einfach irgendwie zu generisch aus. Das ist für mich eine Liverie, die du im MyTeam, genau wie du es eben schon gesagt hast, im Formel-1-Spiel quasi dir selbst designen könntest. Und du bist noch ganz am Anfang und hast nur zwei Sponsoren. Deswegen, da steht ja überall nur Steak drauf. Weißt du, du hast ja nichts anderes... Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, also... Nee. Also... Punktevergabe. Ja. Du wirst schon merken, bei mir schneidet die nicht gut ab. Und da reinge ich. Was habe ich... Ich habe eine 4 gegeben, eben für Williams, ne? Ja, genau. Ja, dann ist das eine 5 für mich. Das ist nicht schlecht, aber ist auch nicht gut. Das ist genau die Mitte, würde ich sagen. Also ich würde dem eine 7 geben. Eine 7? Das ist bis jetzt von allen Autos, die ich gesehen habe, auf jeden Fall schon mal das Beste. Wow. Also, was wir jetzt durchgegangen sind. Okay. Und ja, kommen wir mal zum nächsten. Kommen wir zum nächsten Team. Oh je. Und ja, ihr seht jetzt die alte, wirklich schöne Livery, finde ich. Ähm, und dann seht ihr jetzt die neue Livery und what the fuck? Ist das eine Livery? Oder sind das, ist das ein schwarzes Chassis mit drei Stickern drauf? Ja, wie so drei Streifen einfach so mal reingemacht. Also jetzt mal ganz kurz, mal bevor wir über die Livery sprechen, hast du die Präsentation davon gesehen? Nein. Das war der größte Witz. Diese Livery gibt es ja zweimal wie im letzten Jahr. Ja, genau. Das machen die ja jedes Mal. Ja. Einmal weiblich und das, einmal das. Okay, darf man das heutzutage noch sagen? Weiß ich nicht. Naja, kommen wir mal wieder zurück, aber grundsätzlich, wie die die vorgestellt haben, ey. Das ist ein absolut diverser Auto, finde ich. Ey, Alter, wie die die vorgestellt haben, ich habe mich kaputt gelacht. Als erstes kam diese krasse neue Livery, eigentlich schwarz mit einem blauen Klecks drauf. Und jetzt haben wir noch die BWT, Pinke Livery, Spezial-Livery für ein paar Rennen nur. Und das ist einfach exakt dasselbe Auto mit so zwei Prozent mehr Pink. Moment, ich muss mir mal ganz kurz auch die andere angucken, weil bei dem Auto haben wir ja das. Ja, das ist die blaue und das ist die pinke. Hast du noch gar nicht gemerkt, dass du das zwei verschiedene Autos anguckst, ne? Nö, das merke ich gerade. Hä? Das vorne, guck dir nur vorne an. Vorne ist blau und dann vorne pink. Was? Das ist die einzige Änderung? Ah, ich sehe es gerade, die haben es halt umgekehrt. Also nach hinten hört es nach pink auf und vorne bringt es mit blau an. Alles was blau. Und das Ganze umgekehrt. Nee, nicht umgekehrt. Nachher einfach alles was blau ist ist pink und sonst ist alles gleich. Guck mal, geh mal auf die pinke zur Seite. Ja, guck mal, hier wird es blau und hört pink auf. Ja, das ist im Standard. Und jetzt geh mal auf die pinke. Die ist einfach komplett pink. Nee, aber hier fängt es fink an und hört blau auf, siehst du? Ja, ganz am Ende. Ja, genau, ganz am Ende. Also das ist keine andere Livery. Wenn du die zwei nebeneinander siehst auf der Rennstrecke, ich würde gar nicht sehen, dass das zwei verschiedene Autos sind. Nee. Also, wow. Da war es letztes Jahr definitiv geiler. Ja. Also, ich fand es letztes Jahr auch nicht schön. Ich mag diese Kombination nicht, aber es war auf jeden Fall deutlicher zu sehen, dass wir hier zwei verschiedene Liverys haben. Und jetzt, aber du hast auch recht, auch wieder hier der Beweis, dass sie dieses Jahr mega auf Schwarz setzen. Und das ist wirklich dahin geklatscht, die Farben. Also von der Form, auch wie das Alpin da so hinten drin ist und so, von der Form hätten die was richtig Geiles daraus machen können. Was mir zum Beispiel richtig gut gefällt, ist der schwarze Flügel vorne mit dem BWT in Blau und dem Pink drumherum. Ich finde, das ist das schönste Teil von der Livery, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht viel, ne? Nee, der rum. Aber wenn du dir das BWT, oh, warte, wenn du dir das BWT anguckst vorne an dem Flügel und dann guckst du das BWT an der Seite an, finde ich das vorne am Flügel viel schöner. Also nicht mit Weiß hinterlegt, sondern mit Pink hinterlegt. Das stimmt schon, ja, doch, das stimmt schon. Haben wir ja nicht so ein Flügelbild sogar? Ja, ja. Ja, hier ist eins. Das finde ich, sieht viel geiler aus. Das sieht schon echt cool aus. So Graffiti-like auch mäßig, oder? Ja, ja. Okay, also, altes oder neues Auto? Äh, altes. Echt? Ja, würde ich in dem Fall nehmen, weil das alte, also gerade jetzt hier, der, der hat ja oben diese dunkelblauen Elemente und unten dann dieses Knall. Also ich finde die Kombination schon krass, deswegen habe ich das früher nicht gemocht. Aber es ist halt auffälliger, als wenn du jetzt in das andere Auto steigst, dass er mit Farbklecksen da reingerotzt wurde. Finde ich auffälliger, finde ich schön. Okay, ich flasche jetzt, ich sage die neue. Okay, aber beide gehen trotzdem unter, also, oder? Beide, deswegen, ich finde, die davor war richtig nice, die aus dem Jahr 2022, aber die 23er hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe zwar anfangs extra gesagt, die alte, schöne Livery, das war aber darauf bezogen, dass es wirklich eine Livery war. Ja. Das ist jetzt einfach ein schwarzes Auto mit Stickern, aber es gefällt mir mit Stickern besser, als das lackierte im letzten Jahr. Und vor allen Dingen, wenn du dir die zwei unterschiedlichen, krassen Versionen anguckst, dann finde ich sogar die pinke noch schöner als die blaue. Okay. Auch wenn das nicht wirklich viel Unterschied macht. Aber okay, das heißt, ich gehe auf neun, du gehst auf alt und dementsprechend fallen ja wahrscheinlich auch unsere Punkte bei dir etwas schlechter als bei mir aus. Sag mal deine Punkte, bitte. Ich würde sagen vier Punkte, lieber Haas. Vier Punkte, ist eingeloggt. So, und ich muss sagen, bei mir. Kannst du einen Joker nehmen? Ist eingeloggt. Das ist für mich genauso gut wie die von Kick. Also von Steak. Also ich würde auch eine 5 geben. Okay. Gut, dann gehen wir in das nächste Team, das nicht wirklich einen Namen hat. Also offiziell mittlerweile schon. Du weißt, wie man die ausspricht. Ich war mal Hugo Boss F1. Was hätte es noch werden sollen? Oh Gott, Adidasso. Adidasso. Und am Ende ist es Visa Cash App RB Formel 1 Team geworden. Das ist aber sehr schnell gesagt. Sag nochmal. Visa Cash App RB Formel 1 Team. Und nochmal? Ja, ja, ja. Weil selbst die Eigner von dem Team, die dieses Team benannt haben, gemerkt haben, dass kein Mensch Visa Cash App, stell dir mal vor, in der Moderation, und Visa Cash App, nee, warte, wer fährt da? Ricciardo. Danny Ricciardo macht seinen ersten Sieg für Visa Cash App RB Formel 1 Team in dem Emilio Romano Grand Prix Formel 1. Katastrophig. Katastrophig. Habt ihr mich überhaupt verstanden oder habe ich gerade übertrieben überschneiden? Nein, das war super. Ja, okay. Aber, wie spricht man das Team stattdessen jetzt noch aus? Ja, wie ein Proteinriegel. Wie Carb. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, aber ja, Proteinriegel passt. Ja, Carb. Wegen Carbonara. Was ich dachte? Und ich dachte, wie wegen Vitamin? Nee, Carb wegen Kohlenhydraten. Carb heißt Kohlenhydrat. Also eigentlich. Aber Kohlenhydrate sind doch jetzt nicht gerade unbedingt gesund, oder? Ja, aber irgendwie erinnert mich das. Alles klar. Egal. Egal. Vitaminkohlenhydrate. Vitaminkohlenhydrate. Wer kennt sie nicht? Ja. Okay, jetzt haben wir uns schon mal sehr viel, genau, wir haben sehr viel drüber gelacht. Aber erst mal nochmal der Vergleich. Alter, Toro Rosso war es damals auch nicht, sondern, wie hieß das alte Team noch? Alpha Tauri. Alpha Tauri. Und jetzt Vika ab. Und da muss ich sagen, schwierige Nummer. Boah, ja, richtig schwierig. Mir hat das Alpha Tauri eigentlich ganz gut gefallen, ne? Ich habe das Alpha Tauri, also das, ich hatte damals ja auch schon zu, von 22 auf 23 diese Änderung, die sie gemacht haben, fand ich übertrieben geil. Ich auch. Weil wenn wir uns jetzt den alten von 23 angucken, diese Farbkombination und so, boah, ich fand das so sexy. Wobei, die Farbkombination ist das, was du eigentlich eben beim Haar scheiße fandest, ne? Nein, das ist ja kein Schwarz. Ja, das ist schon so dunkelblau. Wir haben so ein richtig tiefes Blau gehabt. Und dann mit den Radkappen, die dann auch noch so rote Elemente drin hatten, fand ich übertrieben geil. War auch mein Dream Team immer bei Formel 1 Simulator. Ja, stimmt. Aber die neue Livery, wie du eben auch schon im Off mit mir besprochen hast, ist ja quasi die Toro Rosso Livery. Ja, die sieht halt ultra aus, wie so eine 2018er Toro Rosso Livery. Und das, finde ich, hat so Retro-Style, was halt wieder richtig geil ist. Aber ist 2018 retro? Ja, klar. Natürlich. So, sind wir schon so alt? Ne, aber es ist halt ein anderes Team gewesen zu 2018er Toro Rosso und ist ja nicht Eifer Tauri. Hättest du mir gesagt, wenn ich das gesehen hätte, ja, heute, und ich wäre 2018, wäre ich weg gewesen, ich komme 2024 zurück, ich hätte gedacht, ach cool, Toro Rosso. Wo warst du denn die sechs Jahre? Ja, keine Ahnung, aber ich hätte nichts von der Formel 1 mitbekommen. Hätten dich eingefroren. Ja, und ich wache wieder auf, sage ich, ach, Toro Rosso ist eine neue Livery. Ich glaube, mir nass du andere Sorgen, wenn du sechs Jahre weg bist und dann merkst du, was, Corona, was ist das denn? Ja, okay. Schreib mal mal nicht aus. Also ich sage mal, alte Livery finde ich persönlich besser als die neue. Und du? Boah, ich finde beide geil, ey, ich weiß, also, ja, doch, ich würde auch erstmal alte nehmen. Die habe ich ja tatsächlich auch jetzt nur auf Bildern gesehen, die neue. Ich bin mal gespannt, wie die sich auf der Strecke dann ansehen. Also ich würde das sogar nochmal verändern, wenn die neue Livery das, was blau ist, metallisch blau ist, also so chromblau und nicht mattblau. Also das sieht so, weißt du, bei der Toro Rosso ist das matt. Bei Alpha Tauri meine ich, sorry. Da, hier. Genau. Das ist matt. Das neue, das sieht ja so glänzend aus. Ich glaube aber nicht, dass das glänzend kommt. Aber wenn das wirklich glänzend kommt, dann ist die Livery geil. Also dann bin ich doch für die neue. Das meinte ich ja, also so, wie sie jetzt auf dem Bild ist, wenn sie wirklich auch so auf der Strecke aussieht oder so rüberkommt, so, dann findest du die geil. Okay. Dann würde ich die neue nehmen. Findest du gut. Und jetzt kommen wir zur Bewertung. Zur Bewertung, ja, fang du mal an, weil ich habe noch meine Schwierigkeiten. Ich kämpfe noch. Die kriegt eine verdammt hohe Zahl bei mir. Ich weiß noch nicht, ob acht oder neun Punkte. Echt? Ja, doch, ich finde das schon, boah, ich finde das schon sehr, sehr geil. Also vor allem auch, ich finde, ich weiß nicht, das ist irgendwie so dieser, dieser Kontrast zu Red Bull, finde ich auch so extrem jetzt dadurch. Ja, acht. Ich gebe acht. Komm, weil ich weiß, da kommt noch was. Boah, bei mir ist es übertrieben schwer. Ich glaube, was kommt denn noch? Nee, ich glaube, ich bin, also wenn ich mir meine Punktzahl angucke, bis jetzt habe ich McLaren und Haas eine Sechs gegeben und ich würde sagen, die finde ich cooler als die beiden, deswegen muss ich eine Sieben geben. Also Sieben ist eigentlich... Okay, bei mir war Stack, ne, mit Sieben. Ja, Stack. Mann, Alter, das ist Stack F1-Team. Wir werden es sehen. Ja. Okay, aber... Aber Acht, ja, ich bleibe bei Acht. Das ist schon geiler. Ich gebe Sieben. Das ist bis jetzt die bestbewerteste Livery. Gehen wir zur nächsten Livery und ja, jetzt bin ich ganz, ganz gespannt. Also es ist das Team Aston Martin, der, ja, ich würde schon fast sagen Newcomer, aber es war ja gar nicht der Newcomer, aber das Team, um das ich gerade am Anfang letzten Jahres alles gedreht hat. Ich sehe keinen Unterschied. Ne, das ist es. Genau, also, warte. Das Einzige, was die verändert haben, ist Cognizant und am Ramco haben die gewechselt. Ja, und sind die gelben Elemente hier, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen dünner geworden? Ich meine, es ist auch scheiße fotografiert. Ja, die sehen dünner aus. Aber es ist auch scheiße fotografiert mit den Schattierungen. Ja, aber das Gelbe ist dünner. Ja, also, ich möchte solche Autos jetzt gar nicht so schlecht bewerten, weil Delivery von letztem Jahr ja gar nicht schlecht war. Aber guck dir mal den Ramco Heckflügel an. Geh mal auf den Heckflügel. Ja, ich sehe ihn. Und ja, und jetzt geh mal auf letztes Jahr. Findest du das schön? Ich finde das mit dem Ramco echt nicht nice. Ja, nee, nee, hast recht, ja, vor allem auch so knallig, ne, so, da war es schon so eher basic-mäßig angehaucht. Ja, aber das Ding ist halt, ich mag es nicht, wenn die da neue Liverys rausbringen und es ändert sich halt so gut wie gar nichts. Das finde ich halt echt schade. Dann haben wir ja gleich noch ein Team. Das ist wie beim Fußball, wenn die Leute da die neuen Trikots vorstellen und du merkst ja, hey, das ist dasselbe drin wie letztes Jahr. Wow. Aber das brauche ich nicht kaufen, habe ich schon. Äh, ich sage alte, alte Livery fände ich besser. Wobei mir eine Sache besser bei der neuen Livery gefällt und das ist, dass auf der Airbox Aston Martin steht. Aston Martin, der Name geht hier eh total unter, oder? Ja, der, ja. Weißt du was, ich sage nach einer erneuten Prüfung, glaube ich, ich finde das doch so viel geiler, dass da Aston Martin oben draufsteht. Kurze Frage. Ich nehme doch den neuen. Okay, nee, klar, dann, ja, ich sage jetzt einfach mal das alte Modell, weil du hast mich ja echt gerade mit dem Heckflügel getriggert, also das sieht ja schon echt. Finde ich auch nicht so schön, aber mir gefällt das Aston Martin so gut. Deswegen sage ich neu, aber komme einfach auch direkt zur Punktzahl. Es ist, finde ich, letztes Jahr einer der schönsten Liverys gewesen und es ist dieses Jahr für mich einer der schönsten Liverys. Das ist für mich eine Neun. Ich gehe da mit, wie bei meiner Beurteilung, bei McLaren gehe ich da auch wieder mit und sage, dass es auch eine 6 ist, weil einfach, es hat sich nichts verändert, also ist mir einfach zu wenig. So, das nächste Team, das darf natürlich ich moderieren und das ist die Scuderia Ferrari. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich fand die alte Livery sowas von viel geiler als die neue. Also da gibt es auch für mich nicht eine Sekunde, wo ich darüber nachdenken muss. Die wird bei mir leider komplett abgeschmettert, diese Livery. Auch wenn ich Ferrari-Fan bin, die ist echt nicht schön. Die ist echt nicht schön. Das sieht für mich sehr McDonalds-touchig aus mit dem Gelb da drin. Da war zum Beispiel dieser Speziallivery mit dem Monza, weißt du, mit dem 4-Gelb, viel geiler. Da war Gelb auch drin. Die hast du auch übertrieben gefeiert. Die habe ich ultra gefeiert. Obwohl wir da alle das Team auseinandergenommen haben im Internet über Memes und so. Weil da waren die Trainingsanzüge oder die Fahranzüge waren aus wie Mickes Mitarbeiter. Aber guck mal, bei der Livery, ich finde zwei Sachen eigentlich cool von der Überlegung. Leclerc hat weiß und Sainz hat, weil er Spanier ist, hat er natürlich gelb. Deswegen ist es das Gelbe und das Weiße von den beiden Fahrern quasi. Das ist das Einzige, was ich daran irgendwie cool finde. Was machen die dann, wenn Hamilton da ist? Ja, ach du Scheiße. Ja, würdest du das Alte oder das Neue bevorzugen? Boah, also ich muss echt lange überlegen, nicht überlegen. Nein, natürlich das Alte. Ich finde die Neue nicht schön, nee. Also ich muss auch sagen, ich würde auf jeden Fall die Alte nehmen, weil die Alte, ja, die ist schon geil, aber ich fühle die Neue eigentlich auch schon ein bisschen. Weil ich muss sagen, was ich schön finde. Was haben die sich an den Radkappen gedacht? Was ich schön finde, ist, die benutzen viel Rot diesmal und das finde ich ganz gut eigentlich. Klar hast du ja diese gelben Streifen, aber ich weiß nicht, du überziehst das extrem, weil wie viele Gelbelemente haben wir hier? Wir haben hier vorne einen kleinen gelben Streifen über der Nase und wir haben an der Seite beim Beckel einen. Ja, die Radkappen ist bei 90 Prozent aller Autos. Die Radkappen sind so fucking hässlich. Warum haben die die nicht schwarz gelassen? Dann wird die Livery schon nicer aussehen. Die hier meinst du, ne? Ja. Das Rot. Ja. Wenn das, wie, guck dir mal letzte Jahr. Das sagt viel geiler aus. Dann stell dir dir jetzt schwarz vor, wie würdest du das Auto dann bewerten? Ja, besser. Guck mal, wir hatten letztes Jahr die Las Vegas Speziallivery mit dem Rot und dann den ganzen weißen Stickern. Das war Perfektion. Das war nicht nur eine 10, das war eine 200 von 10. Das ist die geilste Livery, die Ferrari je hatte. Ja, diese Spezialliverys, die die rausbringen. Ich weiß gar nicht, warum die da nicht drauf festhalten. Genau. Wir hatten ja eben auch bei Williams, habe ich ja gesagt, diese Gulf... Alle haben die gefeiert, genau wie bei Williams, genau. Und genau wie bei McLaren, als die Gulf-Livery kam. Warum lassen die das nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Aber egal. Also nein, ich würde definitiv die alte Livery nehmen. Und du? Ja, ich würde auch die alte, auf jeden Fall. Echt? Und am liebsten noch die von 22. Die wären wir am allerliebsten. Das war die schönste davor, ja, das stimmt. Also Standard-Livery, die schönste. Punktzahl. Ja, fang du mal an, weil ich glaube, meine wird alle Ferrari-Fans ein bisschen ärgern. Aber ich bin ja selber einer, deswegen darf ich auch ehrlich sein, Leute. Und mir gefällt es nicht. Ich gebe dir eine 7 von 10. 8. Dann würde ich die gleichstellen mit... Mit... Was hatte ich da? Nee, nicht Williams. Da hatte ich das neue Team. B-Cup, ne? Die Vitamin-Bombe. Die Vitamin-Bombe, die hast du eine 8 gegeben, ja. Obwohl, doch, komm, ich gebe dir auch eine 8. Ja, doch. Ich weiß ja noch, was kommt. Und doch, ich finde die super. Ich finde die super, doch. Also ich kann, ich kann... Also für mich finde ich alles ab 7 geil. Und da ich bis jetzt nur einmal eine 7 gegeben habe... Ah, okay, gut. Die fand ich schon nice eigentlich. Und die finde ich einfach nicht nice. Deswegen gebe ich eine 6. Okay. So heftig sich das anhört. Alles gut. Hör mal, alles gut. Das ist dein Team. Du lachst, weil dein Team hat richtig geil abgeschnitten. Ja, das kommen wir jetzt zu. Was hast du bei Ferrari gegeben? 8. 8. Sorry, warst du schon abgelenkt? Ich sehe ja schon das neue Modell. Ja, aber gehen wir erstmal noch mal an das alte. Das seht ihr jetzt. Und das ist einfach schwarz. Was auch schon sehr geil war. Also ich fand das auch schon sehr, sehr geil. Ich finde die silbernen McLaren, sage ich, die silbernen Mercedes immer noch am schönsten. Und jetzt haben wir wieder wenigstens ein bisschen silber. Und ich muss sagen... Aber das ist ja wirklich, das ist doch brain fuck, ass fuck, ass fuck. Digga, das ist... Was haben die sich dabei gedacht, wie geil man sein muss? Man hat das schwarze Modell, was für einen ja auch extrem sexy war, hat aber dann diese alten... Was hast du gerade gesagt? Was haben die sich gerade gedacht, wie geil man sein muss? Ja, ist so, Alter. Es ist doch... Also da sind so klüge Köpfe dahinter, die das da konstruiert haben, dieses Design. Ich meine, das ist ja nur visuell. Das sehen wir, wir zeigen Begeisterung dafür. Also ich bin extrem aufgegeilt auf dieses Auto. Was weiß ich nicht. Also es kombiniert halt einfach so ein bisschen diese Silberpfeile, diese Geschichte dahinter. Plus diese schwarzen Elemente, die haben einfach... Und dann noch diese... Wie nenntest du das? Diese Dampfgeschichte da oben. Airbox. Die Airbox. Da hast du keine Dampflok. Das hatten wir aber schon mit Alpine. Ja, wenn es rausbrennt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber und da hatten wir dann diese roten Elemente. Also das ist einfach alles. Also geisteskrank geil. Geisteskrank geil. Und ich muss jetzt sagen, ich habe mir die Liveries ja jetzt erst vor kurzem angeguckt. Ich habe mir nicht immer zum Zeitpunkt, als die rauskam, erst angeguckt. Weil ich wollte das dann quasi für mich auch so so eine Vorschau auf alle Autos und so. Und dann habe ich gesehen, boah, der ist ja so rausgestochen. Du bist auch so der Typ, der bei Netflix wartet, bis die Saison vorbei ist, damit du alle hintereinander gucken kannst, die Folgen. Safe. Ja, klar. Safe. Ich habe keinen Bock zu warten. Ja, also ich kann nur sagen zu dieser Livery, das ist für mich eine richtige Oldschool-Liverie. Den hat mich total an die McLaren-Mercedes-Seiten mit West an der Seite. Besser kannst du die Livery fast nicht machen. Also, als ich die gesehen habe, ich bin ja echt kein Mercedes-Fan, aber das ist purer Sex. Als der Hamilton die gesehen hat, hat er gesagt, ich bin weg. Nee, ich glaube, der Hamilton hat es bereut, als er die gesehen hat. Oder so, genau, ja. Nee, aber klar. Okay, dann reden wir kurz mal darüber. Altes oder neues Modell? Ja, neu. Neu. Ich bin auch neu. Und ganz einfach beide 10, ne? Beide 10, wunderbar. Da sind wir uns einmal einig. Fucking geil. Einmal. Wir sind uns öfters eigentlich. Jetzt gehen wir zur Red Bull-Liverie. Und da wird bei der Beurteilung so geil. Ich freue mich so drauf. Echt? Aber gucken wir uns erst mal die alte an und dann die neue. Ah, nee, warte mal, wir haben es verwechselt, weil die so gleich hoch sind. Genau, Verwechslungsgefahr, Leute, aufpassen. Wir haben uns nämlich tatsächlich gerade, ich habe es extra so reingekartet, ihr habt als erstes die neue und dann die alte gesehen. Ich muss jetzt echt mal gerade genau gucken, okay, das Red Bull hat sich vor... Es ist kein Unterschied. Doch, 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 pass auf, wir gehen das jetzt mal Stück für Stück durch, ja? Wir haben hier von... Weißt du, an was mich das erinnert? Kennst du diese Bilder? Bildfehler, finde die Fehler in den Bildfehler. Darauf erstmal einen Schluck, Leute. Ja, so eine... Ginger, auch dieses Jahr. Delivery ist nicht schlecht, nur sie ist halt übelst lange schon im Biss und... Übelst langweilig. Auf der einen Seite macht es Delivery langweilig, verstehe ich, weil es immer dasselbe ist. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch ikonisch. Ja, es ist halt, die bleiben ihrem Team halt treu, aber ich finde, ach, keine Ahnung, also... Also hat sich Mercedes in den letzten Jahren Großartig verändert? Nein. Von Silber auf Schwarz. Aber mach keine Show, mach keine Show draus, dann brauchst du auch keine Show machen. Nein, aber da hat sich ja gar nichts verändert. Auch die Sponsoren, es ist doch alles an derselben Ecke und am selben Fleck. Also, weiß ich nicht, also was soll ich denn jetzt bewerten? Also eine 10 kriegt der nicht. Nee, für mich auch nicht, aber der kriegt für mich eine 7. Besser als Ferrari. Was habe ich für McLaren und so gegeben? Die 6, ne? Ja, dann kriegt der auch eine 6. Eine 6. Autos, die so bleiben, wie sie letztes Jahr sind und die auch letztes Jahr schön waren, die kriegen von mir eine 6. Aber, wie gesagt, also der Mercedes und gerade auch V-Cup, die waren bei mir, die sind mega rausgestochen. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr es hier eingeblendet, unsere Rangliste der Liveries 2024. Natürlich nur die Liveries, nicht die Autos, nicht die Formen und auch vor allen Dingen nicht die Rangliste, wo wir glauben, wie wer abschneidet, sondern, ja, vom Design her. Ja, wir haben Mercedes ganz klar oben, Aston Martin und V-Cup teilen sich dann den Platz 2 und 3. Ferrari dann auf 4, Red Bull auf 5 und dann haben wir Steak und McLaren auf 6 und 7. Haas auf 8, Alpine auf 9 und Williams, das Schlusslicht, hoffentlich nicht bei den Punkten, das würde ich dem Team nicht gönnen. Aber bei den Liveries leider der letzte Platz. Und ich denke, wenn das die Punkte wären, wo wäre Haas? Ach, okay. Ja. Hey, hey, neue Saison. Ey, Haas ist wieder cool bei mir. Haas ist wieder cool, Leute. Ja, ihr Lieben, das war es für unsere Spezialfolge Ratings Deliveries 2024. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen unterhaltsame Zeit mit uns und wir freuen uns demnächst dann auf die große, nächste und erste richtige Folge, nämlich die Folge 0 der Podcast-Saison 2024, finde ich first. Und da reden wir über oder unter anderem über Hamilton's Move zu Ferrari, über einige weitere Hot Topics. Wir hatten es eben angesprochen, Günter Steiner geht weg oder ist weggegangen worden von Haas. Und über was reden wir noch? Ja, und über Änderungen, die folgen werden bei dem Podcast. Aber keine schlimmen Änderungen. Wir wollen euch nur das auf den Weg geben und mehr erfahrt ihr dann auch bei der neuen Folge dann. Genau. Ihr werdet auch erfahren, wie wir die Predictions für die Saison machen. Und wir haben ein kleines Spiel, nämlich ein Spiel, das nennt sich Bingo. Und wenn ihr Lust habt und wollt da mitmachen, könnt ihr ja schon mal ein, zwei Kommentare schreiben, was unbedingt eins eurer Bingo-Felder sein sollte oder von uns. Vielleicht übernehmen wir die sogar. Aber bis dahin dürft ihr uns natürlich weiterhin einfach unterstützen, abonnieren, liken oder einfach nur zuhören. Wir freuen uns über jeden, der uns zuhört und der weiterhin Bock hat, die neue Saison mit uns zu starten. Bis dahin sagen wir aber... Ciao! Ciao!